Hola Hola soy Tomás und dies ist Teil 300… Teil 3 meiner Videoserie über die spanischen Objektpronomen. Hier lernst du wie man die direkten und indirekten Objektpronomen zusammen verwenden kann. Und was haben wir im ersten und zweiten Teil gelernt? Ehhhhhhhh… Im ersten Teil haben wir über die direkten Objektpronomen gelernt und im zweiten Teil über die indirekten Objektpronomen. In dieser Tabelle können wir diese Pronomen im Vergleich sehen, meistens sind die selben. ME heißt mich und mir, DE, DICH, DIR, NOS ist wie uns auf Deutsch und OS wäre euch und so weiter. Der einzige Unterschied ist bei der zweiten Person USTED, USTEDES und der dritten Person Singular und Plural. Direkt ist LO, männlich, LA, weiblich, der Mietzel ist LOS, LAS und indirekt ist einfach LE, Singular und LAS, Plural, für die männliche und die weibliche Form. Oh ja, ich erinnere mich daran. Gut! Du hattest auch eine Frage am Ende des zweiten Videos. Aaaaaaahhhhhh. Eine sehr wichtige Frage. Yaaaaaaaaahhh. Deine Frage war, wie man die direkten und indirekten Objektpronomen kombinieren kann. Zum Beispiel. Ja, genau. Zum Beispiel. Maoli le regaló una bicicleta a Luis. Maoli schenkte Luis ein Fahrrad. Aber wenn ich Maoli schenkte es ihm sagen will, auf Spanisch ist das Maoli se la regaló. Correcto! Aber woher? Warum dieses SE? Weil wenn Spanisch ihm ist LE. SI! Dann warum Maoli schenkte es ihm ist nicht einfach Maoli le lo regaló. Le lo… Du hast deine eigene Frage beantwortet. Le lo klingt blöd. Deswegen sagen wir lieber SE LO. Okay, okay. Und ist das so mit allen Objektpronomen? Überhaupt nicht. Wir vermeiden nur die Kombination vom LE mit LO oder LA. Die anderen Objektpronomen bleiben wie immer. Elsa me contó la historia. Elsa me la contó. Te di los libros. Te los di. José nos regala el reloj. José nos lo regala. Okay. Jetzt mit se lo, se la, yo le di los libros a Julia. Se los di. José le regala el reloj a Pedro. José se lo regala. Jetzt ist es klar. Tu les dices la verdad a tus amigos. Se la dices. Okay, okay, ich glaube das reicht. Les presté un libro a mis hermanas. Se lo presté. Vielen Dank für die echte… Schließlich… Hier ist eine Tabelle mit der Kombination dieser Objektpronomen im Vergleich. Wenn du die indirekten und indirekten Objektpronomen zusammenverwendest, musst du nicht so viel darüber nachdenken. Das direkte Objekt wird immer LO oder LA sein und plural los las und das indirekte Objekt meistens eine Person ist ME wenn du mir meinst, te ist dir, nos, uns, os, euch und der Rest ist immer se. Se lo, se la, me lo dio, te lo dio, nos lo dio, os lo dio und der Rest se, se lo dio, aber se bedeutet schon viel. Wenn du eine Erklärung oder eine Betonung machen musst, dann verwendest du a plus die Person. Se lo dio a José, se lo dio a él, ok, aber woher weiß ich, ob ich ein direktes oder ein indirektes Objektpronomen verwenden muss? Auf Spanisch ist das immer logisch. Ja, für dich… Zuerst muss man nur in der dritten Person aufpassen, weil die Objektpronomen in den anderen Personen immer dieselben sind. Zum Beispiel musst du dir nicht überlegen, ob es mich oder mir auf Spanisch ist, weil beide Objektpronomen einfach ME sind, ist es dich oder dir auf Spanisch? Ehhh… Egal! Auf Spanisch beide sind einfach DEN! Stimmt! Dann in der dritten Person, wenn die Anwirkung eines Verbes nur über ein Objekt ist, das kann eine Sache oder eine Person sein, ist es immer LO, LOS oder LA, LAS. Veo a Juan. Lo veo. Wenn die Anwirkung des Verbes über zwei Objekte ist, meistens eine Person plus etwas, dann… Le doy el libro a Juan. Se lo doy. Le ist Juan, die Person. Und el libro ist LO, die Sache. Aber da wir le lo nicht sagen, wenn wir die zwei Objektpronomen kombinieren, sagen wir lieber CELO. CELO doy. Okay, ich muss da zu Hause weiter lernen… Du kannst auch meine Facebook-Seite Spanisch mit Thomas abonnieren… Oder einfach weiter lernen… Muchas gracias! Y… Adios! … … … …